Wie schön, Weihnacht. Die rechte Freistlustrecke von Sergej. Sergej? Milinkovic Savic. Achso. Da steht nur Sergej im Trikot. Der Name wird sonst nicht draufpassen. Scheiß Künstlernamen, ne? Dann vorne nochmal, aber okay. Ja, so wie... Ja! Genau! Die Tuka hat ja auch nur Silas drauf. Ja, stimmt. Fünf Namen auf dem Trikot ist auch billiger. Ja, na klar. Auch für die Fans besser. Ja, wohin. Für die Fans ist ja egal, die bezahlen dann den gleichen Preis für einen... Also wenn die jetzt das vorgedruckte nehmen. Aber für die Vereine, für jeden Buchstaben machst du Verlust bei jedem... Ja, wir können nur noch Spieler wie Dembaba... Können wir nur verpflichten. Oder irgendwelche Südkoreaner, so Lee und so, weißt du? So drei bis vier Buchstaben. Du, mehr ist nicht drin. Silas auf fünf. Schmerzgrenze. Ich bin eh dafür, dass man... Dass jeder Koreane, der dann spielt, der wird dann mit Kaka ausge... Also abgekürzt für Korean Kevin. Was hab ich hier noch? Ah, ich kann mir noch was reinhauen. Ja, mehr Mist. Ne, ich glaub Morata hat die neuen... Ja, das stimmt. Der 7 ist nicht auf dem Feld. Das ist ein Unding. Warte, das haben wir doch gleich. Lazio spielt das auch gar nicht so schlecht. Die sind auch gut. Guck mal nach hier. Ja. Aufstellung. Oh, ne. Ne. Oh, die 8 ist Ramsey, falls du vergessen hast. Der ist auch nicht auf dem Feld. Doch. Hab ich noch nicht gesehen. Doch, da hab ich ihn gesehen. Wurde. Wurde du sagst? Jetzt wurde das. Und... Ne. Nun, ähm... Naldo ist nur auf der Bank. Die 7. Er zeigt sich nicht die 7, werde das gedacht. Ja, das ist ja ne Marke, ne. Das wird schon bei so nem... 100-Millionen-Transfer wird das schon Grundvoraussetzung sein. Egal wer die 7 hat, den nehmen wir ihn weg. Ja. Was Juve an dem verdient hat, ey. Ja, immer noch. Verdient. Ja, aber... Das meiste verdienen sie am Anfang des Transfers, wenn alle neues Rekro kaufen. Ja, müssen. Meinst du? Ja. Ja. So... 4-2, ey. Ach, 2-0-Führung, ne. Das war kein Nutzung. Um so ein Panel, ne. Also, Leipzig wird wohl... ...der jäkste Verfolger. Ja, sind sie ja aktuell auch. Ja. Dortmund hat doch erst 39 Punkte. 16 zu Bayern, ey. Weiß auch nicht, was da sagen wir mit dem Ted-Twitch da, das macht für mich echt keinen Sinn. Ja, ich hab immer gedacht, das ist so ne Lösung, so ne Interims-Lösung. Ist es ja auch, weil er zum Ende der Saison kommt doch der von... Ja, ja, Rose. Ja, aber dass sie vorher den nicht holen. Also an Anhang. Aber wahrscheinlich wollten sie unbedingt Rose haben und da haben sie gesagt, du, freikaufen aus dem Vertrag oder wie auch immer und dann Ende der Saison. Scheiße. Und Schalke steht bei minus 45. Torreferenz? Ja. Krass. Nicht mal Bayern hat... Du hattest im Café jetzt 65? Muss ja. Aber Bayern... Nicht mal Bayern steht bei... Äh, hier stehen bei plus 35. Alter, das geht auch nicht. Kannst man hier auch ne... Gesamt... Ne, ich weiß, hier steht nur... Auf dem Handy hier steht nur ähm... Das gilt... Also nicht so... Nicht so genau. Naja... Es wird so... So... Kannst mal losgehen. Ja, ne, also... Da hat jetzt auch nichts zu liegen. Aber wahrscheinlich müssen wir noch warten, bis hier an den... fertig sind, damit du den Charakter in den ganzen... ganz so wie bei World of Tanks. Hauf auf! Nur nicht laut genug beschwert vorher. Ja. Das war's. Ach, als wenn ich... Du bist müde. Ich kann die... Haken sabotieren. Ohne... Dinge ins Box. Oh, 1-0 Latio. Oh! Durch? Immobilie. Corea. Corea, okay. Ach, ne Scheiße. Warum? Ich hab Jura getippt. Ja, hm... Macht man auch nicht. Alter, was ist er denn für'n Dancer da? Alles in Rot? Tja... Was ist jetzt? Alter, macht er dann abgezockt, ne? Markus, wir haben grad'n Spiel gestartet, irgends. Guten Abend, Desmar. Ne? Hallo! Hallo! Abend an den Stream. Ja, der auch... Markus, sag mal Hallo! 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 Aber ich gehe gleich wieder raus. Wieso? Und da bei die Leute. Ja, warum? Das ist mir zu... Heavy. Heute. Warum? Ach, weiß ich nicht. Das ist mir zu Aufregung. Aufregung? Aufregung? Was möchtest du denn spielen? Stardew Valley oder Barbies Reiterhof? Ja, Wendy's Ponyhof. Das hätte schon beim Hansa-Spiel nerven gelassen, ja? Mhm. Du bist 10-jähriger, Alter, wenn du spielst. Ich habe mich auch zu... Ich habe mich bei 2-1 mehr aufgeregt, als denn, dass ich mich gefreut habe. Wieso? Ja, weil wir das nicht verdient haben, weil das ein reinste Grottenfußball war. So ein Dreckshaufen, Alter. Wie kann man so ein Scheißespielern dauern? Er hat mich so verflut die ganze Zeit, Alter. Ich hätte gedacht, Alter... Wir haben schon wieder das singende Hasenschwein. Alter, das ist dunkel hier. Jo! Gut, haben wir mal jeden Scherick noch hier. Hm. Das ist geil. Weil ich den Stream über Handy gucke... Ja, komm. Höre ich ja... Höre ich dich ja zuerst. Dann kommt der Ton vom Stream. Und dann höre ich aber wieder durch mein Headset den Ton vom Stream. Also das ist so eine Händelschleife, weißt du. Ist das doof. Sie jagt ja irgendwie den einen gerade. Ist der zu einem Generator ja auch, ne? Mhm. Ah, okay. Oh, gerade bin ich vorbeigelaufen. Ah, sehr schön. Gerade bin ich vorbeigelaufen. Ah, sehr schön. Gerade bin ich vorbeigelaufen. Ah, sehr schön. Ach, jetzt hören wir... Ja, das hören wir jetzt auch. Ah, da rein. Abbeschmissen, glaube ich. Ich lese nur auch. Oh, ich baue dann. Ich nehm das. Ich zue, ich habe ja auch darum. Scheiße. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da rein. Oh, ich bin da. Ich liebe uns da. Oh, ich bin da. Oh, ich habe ja. Ach, denn hier bin ich da. Ist das ein? Ja. Ich gebe gleich den nächsten fertig. Okay. Aber eine liegt irgendwo. Der hängt ja hin jetzt. Ah, da, okay. Ja, mach du mal deinen fertig. Ja. Ich habe den Weg in der Welt, die ich habe. Ja. Ich habe den Weg in der Welt. ich denke auch kommt dann dazu ja wir haben auch echt wir haben schon ein paar spiele gemacht und die spiel also wir stream erst eine stunde und davor haben wir eine partie gemacht und wir haben jetzt nicht was die fünfte ja eine fünfte partie schon vierte irgendwie so ein fünfter bist du recht neben dir also ich stehe neben mir der typ inside also hier ist alles grün mehr und er mit seinem leuchten roten vor allen dingen los im kreis ja brauchen wir noch einen ich bin halb fertig mit meinem schon wo bist du denn da wo die die spielen gefangen gerade weißt du da wo der vorhin hing da in der nähe also die links neben dir laufen die so im kreis da muss man das aufpassen dass ich gesehen jetzt bleiben wir versüßeln in den rot ja musst du nicht gejagt werden noch von dem ja theoretisch auch das ja den schirm auf ich hatte ja nichts das war nicht also der ist zu 99 prozent hier wir musst du einmal anziehen da geht das ding auf ich habe mich nicht mehr ich habe nichts mehr zu tun generatoren kann man auch nicht mehr machen für punkte ich bin noch mal einfach mal weg ich habe mich einfach mal eingesperrt ja das war es okay ja der war echt komisch ich denke der hat das auch noch nicht aufgemacht ja jetzt gleich level 20 ja ich bin alle 18 und wir beide aber ich glaube der spielt im ersten mal deswegen hat er doch nichts da ja ja kommst du jetzt dazu marcus oder nicht und die ja ich bin ja ich bin schon fast da in der Bis zum nächsten Mal.